Spektakuläre Aufnahmen aus der Luft von einer der Touristenattraktionen der Welt. Auf der Spitze der Pyramide von Gizeh steht ein Hund. Fast 140 Meter hoch, unzählige Stufen und er hat sie alle erklommen. Der Hund ist auf das Bauwerk gekraxelt, während ein Gleitschirmflieger in der Nähe herumfliegt. Der Pilot teilt das Video in den sozialen Medien. Mit über 22 Millionen Klicks in wenigen Stunden geht es viral. Immer wieder werden wild lebende Hunde gesichtet, die die Pyramide hinauf- und hinunterlaufen. Doch aus der Luft gefilmt auf der Spitze der Pyramide sind diese Aufnahmen spektakulär.